Hallo zusammen und willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich zeige euch heute mal die 5 Knobelspiele, mit denen ich teilweise meine Zeit verbringe, zumindest wenn ich mal ein bisschen denken möchte. Fangen wir an mit Wortguru. Die schütten euch ein paar Buchstaben dahin und dann müsst ihr damit ein paar Wörter bilden. Wie viele Wörter ist oben angezeigt? Insgesamt 4, 1 mit 5 Buchstaben und 3 mit 6 Buchstaben. Ich glaube das dauert ein bisschen bei mir, ihr könnt ja gerne mitraten. Aber ich würde mal sagen, wir machen mal den Level. Und wer so auf kein Wort mehr kommt, der kann ja unten auch mischen und bekommt alle Buchstaben nochmal anders hingelegt. Aber ich würde sagen, los geht's. Reifen. Ah, sehr gut. Schon mal 1 mit 6. Weiter geht's. Und vielleicht die Feier noch. Oh, klasse. Oh Mann, das ist kein Wort, was drin ist. Das finden ich ein bisschen doof, weil ihr freut euch so voll, dass ihr ein Wort gefunden habt. Aber das ist gar nicht eins von denen, die gesucht werden. Ist dann einfach nur ein Bonuswort und ihr kriegt halt ein bisschen Geld. Und mit dem Geld kann man sich so Tipps holen. Die wir auch wahrscheinlich brauchen gleich. Oh, super. Oh Mann, schon wieder kein Wort richtig. Äh, Niere. Excellent. Was kann man denn dann noch was machen? Oh lol, Ferien. Ja geil, das Wort ist auch mal drin. Und ansonsten, warte mal, ich habe gerade frei. Frei. Oh, warte mal. Kann man nicht, kann man nicht hier so. Oh. Excellent. Und Level geschafft. Wow. So, okay. Level 49. Oh, mein täglicher Bonus. Bitte, bitte, gib mir 1000. Ah, nur 78. Schade. Einsammeln. Weiter geht's. Ah, jetzt brauche ich nur drei mit vier und einen mit fünf. Leere. Dann das Heer. Das gibt's nicht. Lol. Dann sind wir mal leer. Dann gibt's die Rehe. Dann gibt's nicht. Warum nicht? Oh, sehr gut. Level 50. Später natürlich. Nächstes Spiel ist Sudoku. Kleine Info noch, hiervon ist kein Spiel, eine Produktplatzierung. Ein Spiel gehört ein Kollege von mir, welches das ist, ratet einfach mal. Sudoku ist einfach, nein, nicht einfach, je nachdem, was für ein Feld ihr nehmt. Aber vom Prinzip her ist es relativ einfach. Ihr müsst gucken, dass in jeder Reihe die Zahlen von 1 bis 9 vorhanden sind. Und dass sich keine Zahl irgendwo doppelt. Und vor allen Dingen auch in jedem Kästchen die Zahl von 1 bis 9 vorhanden ist. Und hier sind überall jetzt Lücken drin, die müssen wir alle füllen. Und ich würde sagen, los geht's. Und wenn ihr mal schaut, unter anderem fehlt in dem Kästchen die Zahl 1. Da fehlen noch drei andere Zahlen. Aber die 1 nehmen wir uns jetzt mal vor. Und wenn ihr mal genau guckt, in der Reihe ist die 1 vorhanden und in der Reihe auch. Das heißt, eigentlich kann die 1 nur noch hier hin. Das ist die einzige Stelle, die frei ist. Also kommt die 1 da rein. Die Zahl 4 fehlt auch. Die kann nur hier unten rein. Dann die 5. Die würde hier nicht gehen, weil hier oben noch eine 5 ist. Also muss die da rein. Und dann bleibt nur noch die 2 über. Dann ist dieses Kästchen schon mal gelöst. Ich meine gut, das ist jetzt der Anfänger-Schwierigkeitsgrad. Ist das nicht so schwer, so ein Feld hier zu lösen? Hier die Felder sind jetzt zum Beispiel nicht ganz genau klar. Jetzt muss ich erstmal hier oben das Ding lösen. Und jetzt nur noch das in der Mitte. Und die letzte Zahl. Wow! Alter, voll lange dran gewesen. Nächstes Spiel ist 2048. Davon hatte ich, glaube ich, auch mal einen kompletten Part gemacht. Ist eigentlich relativ einfach, aber schwer zu meistern. Der Rekord, der oben steht, ist jetzt nicht unbedingt mein Rekord, sondern das war der Rekord aus dem Spiel. Ich kenne das Spiel soweit, aber ist trotzdem mal ganz cool für zwischendurch. Ihr müsst eigentlich nur die Sachen immer in eine Richtung schieben. Und sobald ihr schiebt, kommt eine neue Zahl und ihr müsst gucken, dass ihr die Zahlen aufeinander stackt. Also sprich, müsst ihr die 2 jetzt auf die 2 packen. Also wenn ich jetzt nach oben mache, Achtung, achte mal auf meine Fingerbewegung. Zack! Und dann muss man halt immer so schieben, dass man dann so wenig wie möglich hat. Und man kann dann die 4 auf die 4 schieben, 2 auf die 2, klar, und dann geht es halt immer so weiter. Und muss dann gucken, dass man so dann das Feld dezimiert. Ist das jetzt schon ein bisschen blöd gewesen hier? Obwohl, nee, geht noch. Alles noch im grünen Bereich. Jetzt ist die 8 gegenüber, aber soll ich die neue 8? Jetzt soll ich eine 32, jetzt soll ich eine 9, 4. Jetzt soll ich eine 8, jetzt soll ich eine 9, 16. Das ist ja wieder ein 4, 8. Und es kommt halt immer eine Zahl raus pro Schieben. Und ich meine, man kann auch so die ganze Zeit machen, aber irgendwann hängt man dann fest. Also man sollte schon ein bisschen mit Verstand machen. Ich meine, jetzt gerade klappt es eigentlich ganz gut. Aber ist nicht Sinn der Sache. Jetzt haben wir zum Beispiel ganz, ganz viele Zahlen gemischt und das ist halt total doof. Deswegen, muss man mal gucken, dass wir das ganze Ding wieder entwursteln. Obwohl, das ist natürlich super schwer, gerade wenn die so parallel oder so, so diagonal gegeneinander stehen die Zahlen. Jetzt haben wir da die 16. Nein! Doch, 16, 32, 128. Sauber. Hat doch noch was gebracht. Also ich hau jetzt nicht so wildkürlich für die Sachen hier rum. Jetzt überlege ich mal wieder ein bisschen. Okay, das war nicht überlegt. Ja, überlegen geht halt nicht immer. Da muss man auch mal ein bisschen gucken. Aber trotzdem funktioniert es gerade eigentlich ganz gut. Oh, wenn ich die jetzt zusammen verbinden könnte, hätte ich 256er. Ah, nee, warte mal, jetzt bin ich total kaputt, glaube ich. Oh nein, ich muss ja hoch. Warte. Warum kommt denn da eine 2 hin? Ah, jetzt ist die letzte Stelle. Okay. Ich will, dann musst du dir 64, bitte. Oh, Spiel vorbei. Aber ein Neur-Rekord von 1496 Punkte. Nächstes Spiel. Jetzt kommt Magic Turn. Alles klar. Fangen wir mal an mit dem Anfangsrätsel. Einfach mal hier oben das. Und ihr seht schon, mein Ziel ist Holz. Sprich, ich muss alle Teile in Holz verwandeln. Und dazu muss ich halt die Sachen so gegenüberstehen, dass quasi Holz dominiert und alles andere in Holz verwandelt. Bei Feuer klappt es natürlich nicht. Ich zeige euch mal ganz kurz. Man kann jetzt hier was anwählen, kann das hier drehen. Und ihr seht zum Beispiel, Erde schlägt Feuer, Feuer schlägt Holz. Wasser schlägt Metall und Erde bleibt bei Erde komplett gleich. Und jetzt muss man die Sachen so drehen, dass man das Holz am besten dasteht. Und dass man so gut oder so wenig Züge wie möglich oder braucht, um das ganze Ding zu lösen. So, warte. Drehen jetzt erstmal so. Wie war nochmal Holz? Genau, Holz und Erde. Also im Vorfeld könnte man zum Beispiel gucken, dass man alles zur Erde macht oder zu Wasser. Und Holz dominiert die anderen Sachen und dann kann man alles überschwemmen. So wie den jetzt. Oder überholzen. Überschwemmen wir ja Wasser. Dann ist das Ding jetzt safe. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Ding. So, haben wir jetzt wieder zwei Holz, zwei Wasser. Für den nächsten Schritt ist das nämlich besonders gut dann. Dann braucht man im Grunde wieder nur zwei Holz. Und dann hat man vier Holz. Okay, das geht mir in der Wasserrunde. Dann geht es hier weiter. Hier nochmal drehen. Wie gesagt, Holz muss ich schützen. Ja genau, so kann ich auch einen zu Holz machen. Ja, der geht da rüber. Feuer ist weg. Wasser ist drüben weg. Obwohl, da war eigentlich egal. Nur ich hätte das andere Ding nicht mehr drehen können. Deswegen war es eigentlich so okay. Jetzt bekomme ich drei Holz raus und ein Wasser. Und jetzt habe ich eigentlich alle schlechten Sachen weg. Jetzt habe ich hier nochmal einen mit zwei Wasser und zwei Holz. Können natürlich direkt komplett zu Holz verwandeln. Und jetzt kann man nämlich hergehen und alle Sachen so umwandeln, dass man halt gewonnen hat. Und immer daran denken, sobald ihr ein Teil aktiviert, kann man es nicht mehr drehen. Und deswegen gucken, dass ihr also viele wie möglich dann umwandelt. Und das ist natürlich wiederum die leichteste Schwierigkeitsstufe. So, da haben wir ein Holz und hier unten auch. Jetzt gehen wir nochmal nach hier oben. Obwohl, ich glaube, ich mache mal... Ne, so wäre doof. So. So, der ist doch ganz gut. Und das letzte Teil. Man wirkt jetzt bei mir relativ einfach. Ich habe jetzt insgesamt 14 Züge gebraucht. Das heißt, zwei weniger als vorhin. Also, Link dazu auch in der Videobeschreibung. Und die werden hier immer schwerer. Ach du Scheiße, das ist viel Level. Und das letzte Spiel ist Wortsuche. Gehen wir direkt mal rein. Hier sieht man es. Unten hat man einen Buchstaben, den man rausfinden muss. Und oben ist ein Haufen Buchstaben-Salat. Also, ihr müsst eigentlich nur hergehen und die Sachen markieren. Und jetzt suchen wir mal ein paar Wörter hier raus. Wie zum Beispiel hier oben Hockey. Oder den Wirbel. Was ich nur doof finde, hier sind Wörter auch rückwärts. Wie Pressing. Das ist aber, glaube ich, nicht übersetzt worden. Gefecht. Vorgabe. Pleite. Ne, warte mal, Parole. Und jetzt nur noch den Polo finden. Also, noch irgendwo ein P gucken mit einem O. Ah, guck mal. Auch noch mal eins in diese Richtung. Ausgezeichnet. 2 Minuten 15 Uhr. Jetzt können wir das nächste Rätsel machen. Und das ist natürlich noch ein einfachster Schwierigkeitsrat. Aber ich habe euch jetzt mal meine 5 Spiele gezeigt, mit denen ich manchmal meine Zeit verbringe. Schreibt ganz gerne rein, was ich nochmal mobile-mäßig spielen soll. Und ansonsten findet ihr alle Links zu allen Spielen in der Videobeschreibung. Solltet ihr davon eins interessant finden. Einfach mal reinschreiben, was ihr cool fandet. Und bis zum nächsten Part. Tschüss.